Herzlich willkommen zur Hartmode-Folge, zur Hartmode-Folge, zur Horde-Folge bei Seven Days to Die mit Lasko. Mahlzeit. Ich hab's dir gesagt. Alles gut und Prost, ich hör zu. Prost. Jo. Ja, die Horde steht an und wir müssen uns vorbereiten. Wir waren jetzt, ich mach mein Inventar gar nicht auf, weil sonst komm ich wieder durcheinander. Wir wollen gucken, dass wir so viele Kontaktgranaten wie möglich craften können. Lasko hat eben auch schon ein paar Mollys gecraftet. Und eine ist grad, genau. Jo. Wir brauchen noch ein paar Schraubenfedern. Und von daher gehen wir jetzt ein bisschen wrenchen, dass wir ein paar Kontaktgranaten herstellen können. Wir haben nun ein gewisses etwas an Schießpulver. Von daher begrenzt sich auch die Anzahl der Schraubenfedern, die wir brauchen. Ja. Und wenn wir das gemacht haben, dann gucken wir, wo wir die Horde machen. Wo machen wir die Horde? Jo. Keine Ahnung. Also, was Antares sagte, vorbereiten auf Horde. Bei uns beiden sieht so aus, wir craften jetzt nicht tausend. Also, wer jetzt dachte, wir bauen Defense und igeln uns ein, der denkt falsch. Wir wollen einfach nur Schusskraft. Und ein einigermaßen stabiles Gebäude. Ich hab Mollys gecraftet. Hier, Leute. Antares, ihr wisst ja, ist ja gelernter Weitwerfer. Äh, deshalb braucht er die Granaten. Ich hab drei Wrenches eingesteckt. Einer hat er. Deshalb, let's go. Der Tag läuft. Finde ich schon. Und, äh, ja. Wir gucken mal, dass wir ein paar Autowracks hier finden. Wenn noch überhaupt welche da sind. Ich folge mal Antares. Der hat da schon ein bisschen geranched hier. Ja, gute Frage. Wow. Das Spiel läuft, Leute. Sorry, ich muss es kurz erwähnen. Ich weiß nicht, ob ihr es im Video seht. Nee, ich guck gerade. Nee, seht ihr gar nicht. Ich hab jetzt über 100 Frames. Also, FPS. Wir haben ein bisschen umgestellt. Das Spiel läuft sowas von schnell. Es ist ein bisschen dunkler geworden, weil ein paar Schattendetails fehlen und ein paar Sonnenstrahlen weg sind und so weiter, die einfach nur stören und nicht gut aussehen. Obwohl, wie ihr seht, wir haben ja schon eine Beleuchtung. Trotzdem, das Spiel läuft einfach nur geschmeidig geil. Wow. Ja, sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. Ja, Hammer. Das, äh, man sagt ja immer, 60 Frames reicht. Äh, nein. Also, wenn man kann, dann reicht es nicht. Wenn euer PC mehr hergibt, dann nutzt es auf jeden Fall aus. Ich hab die ganze Zeit mit V-Sins gespielt. Weil, ne, ich bin ja immer so der, der, der Kerl, der auf Nummer sicher geht und denkt sich so, ah ja, konstante 60 ist besser als mal 120, mal 80. Wieder ein Nein. Äh, ist es nicht. Leute, glaubt mir. Gruppe. Oh. Weil ich dich gerade auf dem Radar gesucht habe und dich nicht sehe. Ja, ich glaub, aufs Fahrrad steige ich gar nicht erst auf. Das ist ja Quatsch. Wir müssen nachher und absteigen. Ich versuche nix zu sammeln, Leute. Nix, außer jetzt ranchen, weil sonst bin ich wieder ruckzuck voll. Wir brauchen jetzt auch erstmal nix. Ich hab Essen dabei. Ich hab hier Honig eingesteckt für die Horde schon mal. Vitamine ziehe ich mir noch rein. Kann dann das auch mal schlucken vor der Horde. Ich hab Essen, Trinken, Painkillers, ihr seht's ja, Moni, ich hab sogar mein Geld mit. Ja, ähm, was ist noch zu sagen? Wir haben jetzt die Alpha 18.4, eben grad geupgradet. Jo. Und hoffen natürlich, dass jetzt, äh, der Wechsel auf 18.4 nicht groß, sich nicht groß negativ auf den Spielstand auswirkt. So. Ja. Hätte ich besser nicht sagen können. Ich hab mich beim Zuhören selber verlaufen in dem Satz. Ich denk, warte, so, nee, nee, falsch. Ja, das ist schon gut so. Okay, ich bin schon überladen, deshalb sag ich ja, ich, äh, möchte nix sammeln eigentlich unterwegs. Äh, neun. Wie viele Schrauben für den brauchst du denn? Ja, ich hab jetzt schon neun, also wir sind gleich schon durch damit. Das ist sehr gut. Ich hab, hab ich überhaupt welche? Ich hab gar keine. Noch eine, yay. Ja, siehste, letztes Mal war es nämlich bei mir auch sehr selten mit den Schraubenfedern. Ja, das ist Glückssache. Ja. Aber man sieht, dass wir noch nicht geskillt haben, weil hier noch ohne Ende Autos rumstehen. Sobald wir den Skill haben, wird das erstmal alles hier vernichtet. Ja. Ach, jetzt dachte ich grad, du stehst neben mir, ne? Boah, ich hab, ich weiß gar nicht, ja, ich erzähl's dir einfach jetzt. Ich hab vorhin ein interessantes Video gesehen über die Alpha 19 von Seven Days to Die. Okay. Und zwar ganz spannend zu sehen, ähm, bei YouTube. Da haben sie, ach, wie nennt sich das, wenn, wenn die Leute die Animationen, ähm, machen. Da gibt's doch Leute, die haben dann so einen Anzug an mit diesen ganzen Sensoren. Motion Capturing. Ja, genau. Und da hast du den Typen gesehen, der die, äh, Zombies nachgemacht hat, Alter. Das sah voll geil aus. Ja, ist gut. Ne, da hat man echt gedacht, so, Mensch, der kann die echt gut nachmachen. Ne, andersrum. Geil. Da hast du an seiner, an seiner Gangart schon gemerkt, welchen, äh, Zombie er da grad nach, äh, äh, ja, animiert hat, ne? Cool. Ja, war echt cool anzugucken. Ja, die wollen ja jetzt in der Alpha 19 nochmal richtig einen grafisch drauflegen, ne? Ja, ja, auch, äh, was ich gelesen hab, so, die Handbewegungen von anderen Charakteren, die sind ja so starr, ne? Mhm. Und die sollen jetzt mehr mitwippen beim Laufen und so. Ja, ich sag ja, aber viele machen sich Sorgen, also gerade bei Facebook zum Beispiel in der Gruppe, wenn man da mal mitliest, Leute, schönen Gruß an der Stelle, äh, viele haben halt nun mal, naja, Hardware, die ist jetzt nicht gerade so wie unsere. Und, äh, die haben, ja, jetzt schon Probleme und machen sich halt viele Sorgen, ne? Wir wissen alle, wer das spielt, dass, ähm, ja, Seven Days performance-technisch, äh, ja, wie soll ich es jetzt diplomatisch ausdrücken? Ja, scheiße ist halt, ne? Was soll ich jetzt sagen? Ist einfach kacke. Na, egal, also, ich mein, mein Rechner könnte auch auf Ultra spielen, aber nicht Seven Days. Witcher hab ich schon mal erwähnt, alles mit Hairworks und so weiter, auf volle Pulle, aber Seven Days, auf niedrig. Also, das, äh, ja, da fallen die Pimps gefühlt seit der ersten Alpha-Version dran. Und, äh, ja, wird halt nix, ne? Ja, also... Die Leute machen sich halt extreme Sorgen, dass das Spiel dann gar nicht mehr läuft, ne? Genau. Also, ich könnte es hochdrehen, ich könnte es hochdrehen, aber sobald Action ist, ähm, sind halt diese 60 FPS gerade fürs Video nicht mehr, äh, gewährleistet, ne? Also, zumindest nicht durchgehend, ne? Da hat man dann ab und zu mal so ein paar Ruckler drin und so. Und, ne. Ja, und das geht einfach nicht. Man will ja selber flüssig spielen und vor allem wollt ihr ja auch flüssig gucken. Ja. Und, ähm, ja, deshalb. Shit, die könnten das bestimmt irgendwie beheben. Da kann man sich jetzt überstreiten. Sollten die jetzt Fokus, ähm, Fokus auf, auf Grafik legen und lieber Performance. Meine Meinung nach Performance. Äh, auch wenn die Grafik mega geil aussieht. Ich hab Screenshots gesehen und die Beleuchtung und die Zombies und die Tixturen der Zombies und so weiter. Mega geil. Bringt aber alles nix, wenn's halt nicht läuft. Also, ich wünsch es mir, dass eine Alpha 19 oder 20, viele spekulieren ja, dass Alpha 20 dann der Gold Release ist, ähm, dass es dann halt auch, ja, mit der neuen Grafik am besten flüssig mega geil läuft. Das wär natürlich ein Traum, ne? Ja. Aber, naja, da, diese Vertrauenslorbeeren haben sie sich schon versiebt paar Mal, ne? Deshalb, äh, haben halt alle Schiss, ne? Jo. Verständlicherweise. Natürlich. So, dass ich nicht zu der Fraktion gehöre, die sich da Sorgen machen muss. Ähm, aber noch vor paar Jährchen hatte ich das Problem, deshalb, ich kann das gut nachvollziehen. Ja. So, ich bin wieder, äh, bei der Base. Oh, ja, warte, ich mach dann mein letztes Auto noch. Oh Gott. Was ist mit mir los? Das frage ich mich öfter, aber du bist ein cooler Typ eigentlich. Bin die leider nicht fortgekommen. Oh, Zombie. Der Erste heute, guck mal. Wir haben die Stadt schon ganz gut ausradiert, glaub ich. Ah, lass mich kurz wrenchen, dann bist du dran. Warte mal. Ich hab hier so eine Schrotze mit drei Schuss zu viel. Ich will die nämlich stacken. Du bist eigentlich schon tot, aber kriegst noch einen dritten. Na, scheiße, ich muss nachleihen. Seht ihr hier? Ach, geil, ich hab... Ein Schuss. Wo hab ich denn das jetzt gelootet? Ich hab schon wieder Schießpulver. Ja, ich hatte eins, aber ich hab's nicht mitgenommen. Ja, ich hab 45 Stück noch dazu gekriegt. Aha. Und eine 6er Batterie. Du auf der Karte. Ach da. In der Base. Ja, ich seh dich nicht, weil du mitten auf der Base stehst halt. Kontaktgranate. Okay, wir müssen zur Werkbank. Äh, also zum Trailer. Jo. Okay, was machen wir? Weißt du noch, welcher das war? Ja, klar, unser. Unser. Ach, guck mal, ich hab sogar den Wegpunkt noch drauf. Lass mich kurz zur Base, oder geh ruhig hin. Und ich muss mich jetzt kurz entleeren. Und dann, äh, früge ich dir einfach mal. Ja, welcher war denn das jetzt? War das der? Unser, im Osten, der. Trade Alaska. Boah, ist das schnell, Leute. Trade Alaska? 100, jetzt habe ich 90 Frames, 110. Ich hoffe, bei der Horde droppt es nicht unter 60. Dann ärgere ich mich. Aber Hammer, wie schnell das Spiel läuft. Das ist ja Wahnsinn. Boah. Trade Alaska war in der Wüste. Echt? Was ist denn das für einer? Habe ich den noch gar nicht gespeichert? Ist er da hinten? Also, im Osten. Genau. Ich könnte, soll ich den Wegpunkt teilen? Trade. Ja. Welcher ist denn das? Trader Antares. Ich habe nur, ne, ich habe Trader. Ich fahre jetzt einfach Richtung Osten, dann werde ich den schon finden. Ja. Oh, warte mal, wir könnten noch Mollys machen, ich habe Benzin bekommen. Jo, ich habe auch 2000, guck mal in die Kiste. Ah, das war von dir dann? Okay. Habe ich schon gestackt. Ja, sehr gut. Äh, gut. Äh, Ranch brauche ich nicht mehr, ne? Erstmal. Ne. Gut. Messer hier wieder rein. Scheinwerfer, guck mal, die können wir gleich direkt da reinpacken. Das kann erstmal hier alles weg, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Obwohl, ähm, ich wäre schon dafür, Antares, dass du das nicht aus den Augen verlierst, dass ich ein geiles Motorrad haben will. Jo. Ich habe jetzt nämlich eine 6er Batterie gelootet. Jo. Auf jeden Fall. Soll ich denn schon erzählen, was wir so vorhaben nach der Horde? Ja, das kannst du gerne tun. Ob wir das dann so durchziehen, ist eine andere Sache. Genau. Also wir werden schon da dranbleiben. Aber es, äh, wenn du das erwähnst, dann vergiss den Aspekt nicht im, äh, wachsender Prozess. Ja. Ne, äh, wir wollen umziehen. Yay. Äh, meine Idee war, ich mache mal die Karte dazu auf. Denk dran, zwei Sachen gleichzeitig. Ja. Irgendwo hier, äh, im westlichen Teil der Stadt, weil wir da halt auch noch nicht wirklich waren, da wollen wir uns eine freie Wiese so am Rande der Stadt aussuchen. Kann ich kurz einlenken? Ja. Und zwar hast du ja mal gesagt, westlichen Land der Stadt, ne? Da wollte ich ja noch was dazu sagen, weil ganz im Osten haben wir ja dieses Nevis-Gain gefunden. Ob du nicht da in die Nähe aufdecken willst und vielleicht da ein Lager aufschlagen willst, weil da ist noch gar nichts so weit gelootet. Außer ein, zwei Quests, die wir da gemacht haben. Weißt du noch, dieses Nevis-Gain-Survivors? Ja, ja, ich weiß. Da wäre auch noch. Ich habe es gerade auf der Karte geöffnet. Ja, genau. Die Frage ist jetzt, wie viel gibt es da noch, ne? Das meine ich ja. Einmal so rundherum aufdecken, nicht looten, einmal so rumfahren. Das können wir machen, bevor wir umziehen. Genau, einmal ein bisschen spotten die Gegend und dann entscheiden, wohin es geht. Das wollte ich nur einwerfen. Genau, also sagen wir mal so, der Ort ist noch nicht festgelegt, aber wir wollen umziehen. Wir haben vor uns, ja, ein bisschen einzubuddeln, ein bisschen runterbuddeln, einen kleinen Bunker bauen, wo wir unsere Kisten lagern und so weiter. Und außerhalb, also oben, wollen wir uns dann so ein paar Mauern ziehen und dann so ein, ja, ein kleines Dörfchen bauen, ne? So ein paar, ja, so eine Festung, so eine Mauern, Burgmauern irgendwie, nicht unbedingt groß, vielleicht auch doch, mal gucken. Und dann von innen da dann anbauen und, was weiß ich, vielleicht nur eine Garage für die Fahrzeuge oder? Dazu sei gesagt, er meint Gemüse anbauen, Leute, alles gut. Ja, was denn sonst? Ja, genau. Mir fallen da ein paar Sachen ein. Ja, ganz genau, ne? Also wir fangen, darum habe ich gerade gesagt, nicht vergessen, wachsender Prozess und so. Wir fangen einfach an mit diesem Loch in der Erde. Und, äh, unsere Idee ist einfach eine Heimat-Base, wo man gerne nach Hause kommt, die man verteidigen muss. Und wir sind satt auf irgendwelchen Gassen, Bests und wie die Dinger heißen, zu sitzen. Und ja, jetzt halt, naja, es ist halt die logische Wahl, ne? Es ist halt sicher, man, gerade im Hard-Mode und so, am Anfang spricht ja auch nichts gegen, aber jetzt wollen wir halt unser eigenes Ding machen. Und ja, eine Base haben, für die es sich zu kämpfen lohnt. Genau. Wenn ich es jetzt romantisch sagen möchte. Und, ähm, ja, einfach unser Ding und stetig wachsend, wie gesagt, wir fangen mit dem Loch in der Erde an. Sorry. Und, ähm, gucken dann erstmal den Loot-Safen, dann gucken wir, dass wir einen kleinen Horde-Tower errichten, dann machen wir ein schönes Feld daneben, keine Ahnung, vielleicht, wenn wir Bock haben, bauen wir uns noch ein schönes Häuschen und so weiter. Also alles so nach und nach. Es wird jetzt nicht 30 Folgen nur gebaut, keine Sorge. Wir werden das schon zusammen machen. Also ihr werdet, ja, aus beiden Perspektiven wahrscheinlich ein paar Mal Mining sehen und so. Ähm, ja. Und dann schauen wir mal, wie das dann vorangeht, in welchem Tempo und abwechselnd mit Quests und so weiter. Schauen wir uns dann mal an. Und wenn ich schon mal hier bin, schaue ich mal nach einem Bohrer, er hat keinen. Aber im Secret Sash vielleicht, warte mal. Ja, ich habe übrigens eine Quest angenommen und zwar im Osten. Weil wir ja eh dann, äh, nach der Horde in den Osten gehen, ne? Tja, ich überlege gerade, ob wir nicht jetzt da hingehen. Hast du jetzt, äh, hier was eingestellt? Granaten? Ja, ich habe acht Granaten hergestellt, habe ich schon rausgenommen. Hast du schon so schnell? Ja. Nice. Oh, Horde. Jo, bin schon dabei. Free Horde. Genau. Blut musst du nehmen. Oh, ein Klauenhammer. Oh. Einen Schlag in die Fresse. Fuck you. Entschuldigung. Ich hatte noch eine, einen Schuss über, dann musst du jetzt raus. Oh, ist der down? Ähm, erklär mir nochmal kurz, wie schmeißt man Granaten? Und die Frage ist vollkommen ernst gemeint. Du nimmst sie in die Hand? Vorsicht mit der Aussage. War ein Spaß. Weiter geht's. Ja, du nimmst sie. Einen zeigst du mir nicht. Warte mal. Dann mache ich es so. Molly, oh. Ich wollte jetzt gerade sagen, warte, ich teile mal meinen Stack und schmeiße dir Mollys. Ey, ich habe es, ich wollte jetzt gerade sagen. Ich schmeiße die nachher mal in die Kiste, dann können wir die teilen. Ja, also du hast ernst gemeint, ne? Ernst gemeinte Frage. Ich habe ernst, ja, also nicht, dass du die schmeißen sollst. Ich wollte nur wissen, wie jemand das macht. Ja, Rechtsklick, um den Stift zu ziehen. Ja. Dann Linksklick, gedrückt halten. Warten, bis der Balken sich so weit aufgefüllt hat, wie man möchte. Und dann werfen. Wie hast du das denn rausbekommen, wie weit man möchte? Ähm, das habe ich irgendwie ein Gefühl. Aber du kannst natürlich in Kreativmodus gehen, dir ein paar Granaten rausnehmen und üben. Das könnte ich. Aber ich bin ja immer so der On-the-Fly-Typ. Jo. Also ich habe es auch nicht geübt. Ja, du willst mir sagen, dass du es halt, das ist mein Rat. Ja, also Kontaktgranaten kannst du ruhig voll durchladen und musst halt treffen, ne? Okay, okay. Weil die explodieren halt direkt bei Kontakt und, ja. Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt zur Quest oder gehen wir jetzt zum Hordenhaus schon? Ja, wie du willst. Äh, hast du schon die Quest geteilt? Aufbrechen zum Sammelpunkt 1,6 Kilometer? Ja, das ist die östlich. Wieso habe ich die denn schon drin? Ich habe die gar nicht angenommen. Das Spiel kennt uns schon, dass wir zusammenspielen. Ich habe sie geteilt, vielleicht. Okay, ich habe die aber nicht angenommen. Da, ich müsste die jetzt akzeptieren erst. Guck mal hier. Da siehst du. Okay, jetzt habe ich es ja nochmal akzeptiert, zur Sicherheit. Ja komm, machen wir eine Quest, oder? Schauen wir mal. Ja gut, dann hin. Was soll man jetzt? Wenn wir dann durch Zufall, dann starten wir halt durch Zufall da hinten die Horde, ne? Habe ich überhaupt meine Munition dabei? Ich habe alles dabei, ich bin ready. Was denn? Ja, wird spannend, oder? Es wird immer spannend. Die Hauptsache ist nur, dass die nicht zu uns hochkommen. Der Rest ist Formsache. Ja. Was ich auch schon mal überlegt habe, das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn wir beide so stabile Plattformen hätten und uns gegenüberstehen irgendwie. Ja, wenn nicht schlecht. So, dass die Zombies sich unter dir ansammeln und unter mir, ne? Dass die sich ordentlich auf einen Haufen packen und dass wir dann gegenseitig uns die Granaten zuwerfen können, sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Spider. Sorry, ich bin kurz. Okay. Ja, klar, natürlich, dass die unter uns sie sammeln, genau, und der andere jeweils unter den anderen schießen kann. Ja, genau. Klingt wieder sehr falsch, aber wir meinen es richtig. Unter den anderen schießen das grenzwertig, ja. Entschuldigung. Das sind wir. Ähm, ja. Ja gut, das wirst du wahrscheinlich in einer Random Base jetzt nicht finden, aber wir könnten das für unsere Horden Base mal im Kopf behalten. Zwei Plattformen. Eine Brücke dazwischen oder so. Ja. Mit Sicht nach unten halt. Oh, Wolf. Weg hier. Keine Ausdauer. Das gibt's doch nicht. Leute, jetzt, passt auf. Chuck Norris, absteigen. Waffe wechseln. Wo ist er? Ach, die kämpfen gegeneinander. Wie geil sind die denn? Ach, der hat, ich hatte ja keine Agro. Jetzt haut der Wolf ab. Hey, Wolfi, komm her. Wohin? Ich will schon dein Fleisch haben, du sagst nicht. Das ist mein Jacke, der ist weg. Alter, wohin gehst du? Äh. Hallo? Da. Da ist er doch, tot. Wird doch. Okay, da hatte ich so Angst vor dem Edgar da. Der ist voll Stiften gegangen, ey. Aber richtig. So, jetzt du, Kollege. Wo bist du jetzt? Ja, Hau vom Baum. Genau. Genau. Oh, das war jetzt schlecht. Boah, ich kann viel besser zielen mit den Frames, ey. Alter. Ja, sehr schön. Ja, wirklich. Das hat vorhin so, 60 FPS reicht. In dem Sinne, das Auge, sagt man ja, erfasst nicht mehr, ne? Das hat man ja auch schon bei 30 gesagt damals, ne? Ja, richtig. Aber jetzt spüren wir mal mit 30. Genau. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass es jetzt auch bessere Bildschirme gibt und so weiter. Also zwischen 30 und 60 kann man eigentlich gar nicht mehr leugnen, ne? Ne, ne. Das sieht man, das sieht man sofort. Ich finde halt, vielleicht sieht das Auge das nicht, äh, auf den ersten Blick, aber... Man spürt's. Man spürt's, genau. Die Hand, die Mausbewegung, das Zielverhalten, das, das merkt man doch. Oder, oder sind wir da Einzelfälle? Ich glaube nicht, ne? Ne. Ich denke nicht. Das ist, man, man merkt's halt. Also, ich denke jetzt gerade, ich hab' ne neue Maus. Ja. Das ist so vieles an, als wenn die Maus jetzt irgendwie 8 Millionen mal besser ist. Für 30 Euro. Zusammen mit Tastatur übrigens. Also, ich hab' echt kein, keine gute Hardware zurzeit. Wie gesagt, in den letzten Folgen hab' ich ja erzählt, dass mein Razor-Stuff im Arsch ist. Oder, naja, vielmehr, äh, ich schön mit Eistee dazu beigetragen habe, dass alles im Arsch ist. Und, äh, seitdem hab' ich hier so echt Billigzeug, was sehr geil ist, kann ich nur empfehlen, äh, wenn man jetzt, äh, Geld sparen möchte und trotzdem einigermaßen gute Sachen. Das ist echt gut. Ich hab' Level-Up. Sehr schön. Jo. Aber ich spar' das jetzt mal, weil wir haben ja gesagt, eventuell Mining zusammen, Motherload und so, ne? Ich spar' mal jetzt, äh, die Punkte von jetzt an und die Horde und so. Und dann schauen wir mal. Mhm. Jetzt weiß ich's zwar, ich hab' was von Maus erzählt und Billig und so, ich weiß aber nicht, worauf ich ihn auswollte, also, macht euch nix draus. Ach ja, wegen FPS, neue Maus, genau. Also, wenn ihr noch was rauskitzeln könnt, falls ihr vielleicht interessiert seid, wie die Grafikeinstellungen bei mir jetzt aussehen bei Antares, schreibt's gerne in die Kommentare, können wir ja gerne mal zeigen. Ist ja kein Geheimnis. Äh, falls ihr da Probleme habt, aber einen einigermaßen guten Rechner wie wir jetzt, beziehungsweise einen Bombenrechner wie Antares und habt trotzdem Performance-Einbrüche bei Seven Days, da können wir vielleicht ein bisschen Abhilfe schaffen durch, ja, kleinste Einstellungen, wo ich mich auch grad gewundert habe. So, what, was ist das und das ist das, voll gut. Aufbrechen zum Sammelpunkt ist bei mir jetzt übrigens 2,8 Kilometer entfernt, ich weiß nicht wieso, ist die Quest so weit weg? Ich entferne mich von der Quest, aufbrechen zum Sammelpunkt, Gebiet säubern und Lieferung zurückholen. Ja, doch, du bist ziemlich in der Nähe. Ich fahr zu dir, aber ich hab dann wohl eine andere aktive Quest. Warte mal, Quest. Hattest du mal eine angenommen? Ah, ich hab zwei, ja, man kann also doch mehr annehmen. Aber hast, dann hast du die mir nicht... Dann können wir beide demnächst. Dann teile mir mal die andere. Ja, ich teile die mal. Dann kann man doch zwei annehmen, weißt du? Jetzt haben wir es mal getestet aus Versehen. Wie geht denn das da? Quest teilen. Das ist ein Zombie, schnell. Jo, hallo. Ah, hab ich schon. Okay, hab ich jetzt 3x 3x geteilt. Und das mach ich jetzt als aktive Quest, ne? Wie mach man denn aktive Quest? Auf Karte zeigen, so. Okay, jetzt kommt der Zombie. Ja, jetzt, ne, ich bin immer noch die 3km-Quest. Wie mach ich denn jetzt deine Quest als... Als aktive Quest auswählen musst du. Wo ist das denn? Aktiv, der Kompass. Du klickst sie an und dann drückst du auf den Kompass. Ach, aktiv, ah, cool, okay. Ja, nice. Guck mal, Leute, wir versuchen jetzt mit 120 FPS den Headshot von da hinten. Okay, ich kann einfach nicht aimen. Aber jetzt, hä? Okay, dann muss ich auch Gewehre skillen, weil das war ein Headshot. Ah, siehste? Sag ich ja, war ein Headshot. Ey, wieso geht mein Jagdgewehr flöten und dauernd? Merkt ihr das? Das kommt nach dem Nachladen manchmal nicht mehr wieder. Und das verzieht ohne Ende. Da, seht ihr? Ich kann zielen. Das Gewehr ist schuld. Hast du noch zufällig Gewehrmonie? Gar nicht, ne? Hast du mir alles gegeben, ne? Ja, ich hab vorhin was geloadet, hab ich aber nie Base gepackt. Ah, shit. Okay, wir fahren jetzt zu Montanis. Bist du schon bei der Quest zugange? Äh, ne. 180 Meter. Okay. Bist du schon da? Dann fahr ich jetzt straight. Ja, ich halt für jeden Zombie halt an. Ne, ist schon wieder einer. Ich fahr halt zu dir. Hab mir schon ein Level abgebracht, das anhalten die ganze Zeit. Ne, ich baue nebenbei noch ein bisschen Kohle ab, weil ich hoffe, dass ich halt auch noch ein Level steige. Bis 17. Ja. Schon gut, ich weiß noch zu dir jetzt. Da ist wieder ein Zombie. Ich kann halt einfach nicht vorbeifahren. Das ist schlimm. Ja, ist doch gut so. Komm her. Ja, ich hasse das. Weißt du, das sind so Punkte unterwegs, die kann man halt mitnehmen, ne? Ja. Zeig, guck mal. Ein Schlag. Ich meine, da tut ja keine weh aus dem Zombie. Ich hör schon, da kommt irgendwas auf mich zu. Ach dann. Aha, guck mal hier. Vielleicht haben wir hier einen Honig drin. Oh, Honig. Sauber. Egal, ich einfach im Harden-Mode statt eine Axt einfach alles mit dem Sledgehammer mache, ne? Wo ist denn jetzt mein Fahrrad? Ist das hier runtergerollt, oder was? Hast du die Handbremse vergessen? Ach, da ist es. Ah, ich seh dich. Sehr gut. Nur genau so. Da hilft nur eins. Ein Schlückchen. Ah, hier ist die Quest. Ich bin übrigens echt neidisch auf dein Kommentar unter meiner Folge. Das hätte mein Folgentitel werden müssen. Ich hab's nicht gerallt. Zu gut, ehrlich. Äh, was machen wir jetzt? Sag mal. So. 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 Und so. Schon drin? Äh, nee. Ich bin hier beim Ausrufezeichen hinterm Haus. Hm. Oh. Zu spät. Gut. 16 Uhr vor der Horde. Ich würd sagen, ich benutze direkt mal die Schurflinte. Ich soll aber vorher in der Whiteville was suchen. Ich muss nur Fortversuchen, okay. Ja, äh, Vorräte und Säubern. Jo. Autsch. Heute geht's von oben rein. Hast du geschmunzelt? Nein. Das fängt schon wieder an. Ich hab mir gedacht, dass ich kann jetzt nicht lachen und dann musste ich halt. Oh, geil. Oh, hab ich. Weißt du, was ich nicht dabei hab? Repack jetzt. Scheiße. Ich hab, glaub ich, vier Stück. Ah, gut. Wo bist du? Boah, du bist mir zu schnell. Ja. Hat auch jemand kommentiert, ne? Was denn? Dass ich dir nicht hinterherkomme. Jo. Der hat vollkommen recht. Aber war ja nicht so gemein, ne? Also, nicht böse gemeint. Das hab ich auch gar nicht so aufgefasst. Aber es stimmt ja wirklich. Du bist einfach mega schnell unterwegs. Ja, geht, ne? Ja, für mich auf jeden Fall. Für mich mega schnell, so. Ich lass dich looten, ne? Du hast ja den Looter-Skill, ne? Guck mal, ich mach dir mal hier auf. Hier ist bestimmt was hinterher. Ja, allzu viel wollte ich jetzt gar nicht looten, weil ich ja nicht weiß, ob wir noch vor der Horde wieder nach Hause... Oh. Oh, oh, oh. Oh, Loot-Beutel. Ja, den muss man natürlich mitnehmen, ne? Oh, Loot-Beutel. Scheiß auf Ferrells in dem Moment. Loot-Beutel. Ja, der war ja down. Äh, Loot-Beutel kam ja vom Ferrell. Ja, hab ich gut gemacht, ne? Sehr schön. Komm her, hier. Verstecke. Looten. Ah, nicht vergessen. So, ich muss jetzt noch meine Vorräte finden. Ich muss nach oben für die Vorräte. 18 Uhr, Leute. Wir machen spannend, wa? Jo. Das wird jetzt schon wieder. Hier, Shemway. Für dich. Looter alles weg hier. Oh, 35 Schuss. Wir können ja zur Not dann gleich eine Kiste machen irgendwo. Da ist auch noch was unberührt. Eine Kiste oben. Ich cover dich. Beziehungsweise machen wir schon mal hier auf, ne, oder? Entriegelt. Sehr schön. Dann bin ich ja schon überladen, wenn es losgeht. Ja, wir machen das schon. Irgendwie. Du kannst ja zur Not dein Fahrrad beladen. Hier ist noch ein Verstecker, habe ich aufgemacht. Ist ein Rucksack. So, auf der Etage müsste meine Vorräte jetzt sein. Ah, ja, meine sind hier auch irgendwo. Du bist ausschaut. Ich bin anscheinend genau davor. Ja, ich auch. Hier irgendwo. Habe ich eine Axt? Ja, habe ich. Ah, hier sind meine Vorräte bestimmt. Machen wir mal auf. Jupp, ich habe meine. Ehrlich? Ja. Hä? Nee. Wo bist du? Hier? Die müssen hier irgendwo sein. Hast du einen Fein? Hier, hier drunter, hier. Unter der Bodenplatte. Ach, ja, siehste. Danke. 18 Uhr. So, jetzt suchen wir mal ein Hordenhaus, ne? Zurück zum Mondler, ja. Ja, zum Ende der Morgen, ne? Ja, ja. Nee, wir müssen gucken, wo wir bleiben und dann vielleicht noch schnell eine Kiste bauen, dass ich ein paar Sachen ablegen kann. Ja, ja, klar. Schmeiß mal. Hier ist, hier geht's raus. Jo. Wir haben, wie wir jetzt uns beide einen eigenen Aufgang machen, ey. So voll so, ich kann das besser als du. Tschüss. Keine Ahnung. Wollen wir mal in diese Richtung hier? Keine Ahnung. Mir ist das erstbeste Haus. Gibt's hier irgendwas auf Steinen? Gibt's hier irgendwas auf Steinen? Können wir vielleicht mal in die Richtung fahren. Gucken, ob sie vielleicht... Ah, ne, hier fängt die Wüste an. Mhm, mhm, mhm. Zurück. Wir sind nicht so die Wüstenfreunde, wie ihr schon gemerkt habt. Oh, hier ist Nitrat. Aha, 18 Uhr. Es donnert. 19, 2, 4 Stunden. Also, ja, nicht viel Zeit. Vielleicht 4 Minuten. Oh, hier kann man Mais abbauen. Ja, hier ist schon wieder Wüste, fängt da hinten wieder an. Ja, Mais baue ich erst ab, wenn ich das geskillt habe. Ja, ja. Beziehungsweise abwarten, falls Nachteule sich doch noch fest uns anschließt. Deshalb skille ich auch den Koch nicht weiter. Kann ja sein, dass sie das noch übernimmt. Abwarten. Äh, das... Warte mal, da hinten sieht doch was stabil aus. Ja, ist halt Wüste, ne? Ah. Hab ich auch schon gesehen. Hier, guck mal. Lass mal hier. Das sieht doch schön aus. Aber keine Übersicht nach außen, ne? Naja, wahrscheinlich werden die dann alle hier zum Eingang laufen. Das ist ein guter Punkt für Granaten. Ja, gut, das ist nicht schlecht, ey. Damit sollten wir den irgendwie sichern. Mit Stacheldraht. Hast du Eisen dabei? Ja, wir müssen den sowieso noch klären, ne? Och, die Scheiße, auch noch. Aber hier gibt's, das ist, hier gibt's wahrscheinlich wieder haufenweise Muni. In den Särgen. Das mag sein, ja. Mal gucken, ob wir das vielleicht noch ein bisschen klären jetzt in den letzten Minuten. Ja, kriegen wir hin. Ich laufe mal rum und gucke mir mal die Mauer an. An sich sieht das so aus, als... Ich bin bei dir. Als wenn sie nur von vorne... Oh, Feral. Oh, Feral. Jo. Warte. Genau. Spucker. Oh! Ist das schon die Horde? Nee. So, haben wir. Ich hab nur ein Magazin Arcano noch. Shit, ja. Sag mal, hab ich irgendwie Medis? Brauchst du hier? Ja, ich hab ein... Einen Benkeler hab ich für dich. Schmerztabletten. Ja, shit. Ja. Wieso, shit? Ja, ich hab fast nix. Ich auch nicht. Ich hab zu keiner Horde irgendwas eigentlich. Schatz. Ey, du wolltest es spannend. Jo, es wird spannend. Auf jeden Fall. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Mal gucken, ob's von innen einen Aufgang gibt, dann muss er weg. Hier sind Taschen zu looten und sowas. Wow. Wieder von oben. Vorsicht, noch einer. Alter, Finne. Boah, ich hasse das. Jumpscares. Ja, aber so einen Aufgang gibt's hier wohl nicht. Also, ich seh keinen. Ich schau mal von außen nochmal. Nicht, dass die halt wieder nach zwei Sekunden oben sind. Cool, hier ist sogar ein bisschen Beleuchtung. Hier sollten wir drauf. Hier auf dieses Podest hier. Ja. Ne? Ne? Mal kurz checken, ob... Ich baue dir schon mal eine Tour um, ne? Hier gibt's ja auch noch einen Keller, ne? Äh, möglich. Ich baue jetzt hier erstmal uns einen Boden. Ja, mach das mal. Was hier leider nicht geht, wie so auch immer. Muss das eigentlich so gemacht werden? Ist jetzt egal, wird's keine Zeit, alles abzureißen hier. Wow, hast du mir einen weggenommen? Nein. Okay. Hab ich's aus Versehen gemacht? Oh, ich hab da keinen gesetzt. Auch nicht durch. Bau dir mal eine Truhe eben hin, damit du leer wirst. Bin dabei, bin dabei. Okay. Brauchst du die Truhe in die Wand? Ja. Okay. Darum konnte ich nicht erkennen, was du vor hast. Ja, einfach, dass nix passiert, ne? Ja, ist ja richtig. Pass auf. Frames sind nicht durchgängig. Ich mach Bodenplatten, weil ich kann hier keine Frames legen. Äh, wie hießen die nochmal? Wood, wood, da steht's doch, Holzplatte, genau. Ich bin immer noch bei dem Englischen. Ich hab kein Holz, oder? Hast du Holz? Ich hab nur neun Holz. Äh, zwölf. Ach, warte, ich kann doch Frames scrappen. Passt schon. Ähm, so, mal gucken, was kriegen wir hier raus? Zerlegen. 25, läuft. Holzplatte braucht sechs. Verdammt. Mal gucken, was wir an Platten kriegen. Holzpfosten. Außen Holzpfosten. Warte mal, Holzplatte, wo ist denn die jetzt? Scheiße. Boah, wir lernen das nochmal. Darum wollen wir ne Heimat haben, Leute. Ja. Darum wollen wir ne feste Base. Ich kann keine Platten herstellen. Ich muss Holz ranholen noch. Hast du ne Axt? Ja. Kannst du eben einen Baum schlagen? Hier unten den? Oder mir die Axt geben oder so? Ich kann dir die Axt geben? Ja. Dann bitte. Okay. Tatsache. Kurz vor der Horde und ich baue einen Boden. Kann ich kurz an die Truhe? Ah, mach ich gleich. Scheißegal. Oh, Leute, ey. So knapp war's noch nie. Jo, jetzt muss ich erstmal was essen. Was trinken. Ja, wir machen diesmal sogar noch nicht mal einen Schnitt, weil wir schaffen können. Achso, du wolltest Spikes bauen. Spikes? Nein, ich will Holzbodenplatten errichten. Damit wir hier uns bewegen können, hier oben drauf. Oh, wie heißen die? Ach, Holzstachelfalle. Ich hab eine Kanz. Ja, hast du ein bisschen Holz noch über? Ne, hier ist die Axt. Ich hab nur einen Baum gefällt für die Holzplatten jetzt. Schaff's jetzt nicht mehr. Die Spikes dauern ewig in der Produktion. Ja, zehn Stück schaffst du vielleicht. Brauche nur ein bisschen. Ja, so. Ich lass das mal so. Zur Not können wir ja ein paar Woodframes wegnehmen und durchschießen. Oder vielleicht sogar auch durch die Frames. Ich weiß es nicht. Ja, ne, ich will nur hier beim Eingang einen. Vielleicht noch einen zweiten. Da wäre vielleicht Stacheldraht sogar effizienter. Ja, dass die da so ein bisschen aufgehalten werden, ne? Richtig. Wenn du ein bisschen Eisen hast, dann ja. Ne. Ja, doch. Aber da hab ich jetzt nicht so schnell dran gedacht. Wir sind ja ein bisschen unter Zeitdruck hier, ne? Ach, Quatsch. Stell's dir aber auch an manchmal, ehrlich. So, jetzt hab ich Rohrboden. Stunde zu Horde, Leute. Countdown. Brauchtest du noch Repair-Kit? Ja, gib mal eins zum Notfall. Ich werd's jetzt nicht benutzen, aber falls die Schrotze gleich den Geist aufgibt oder so. Du hast keine im AK Moon, ne? Äh, muss mal in der Kiste gucken. Ansonsten hab ich's da reingeschmissen. Naja, ist nix. Dann hoffen wir mal, dass die jetzt zu diesem Eingang kommen, ne? Ja. Puh. Ähm. Also wir haben zur Not noch die Holzplatten hier. Wir haben die Frames. Fahrrad packen wir mal hier hin. Das kann alles weg. Wood-Frames. Mein Messer brauch ich jetzt auch nicht. Das kann hier hin. Repair-Kit. Möchtest du noch ein paar Molotows haben? Solltest du ihn in die Truhe legen? Ich schmeiß dir mal zehn Mollis rein. Du bist eh der bessere Werfer. Jo. Du könntest mir ja spaßhalber... Äh, nein, 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 schmeiß mir... Achso, keine Mollis wegschmeißen. Hast du dir in die Kiste gelegt? Ja, 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 klar. Okay. Diesen Fehler mach ich nur einmal, keine Sorge. Nein, 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 hier, komm mal her, hier für dich Honig. Oh, ja, warte kurz. Wrench noch weglegen, hier ein Glas. Dass du Honig dabei hast, liegt vor mir. Na, fass runter, nee. Honig, ja. Trinken muss ich auch. Ähm, brauchst du noch was zum Heilen? Ich hab nur einen Heilverband und einmal Painkiller. Ich hab nur einen Erste-Hilfe-Verband. Ja, dann sind wir gut aufgestellt. Ich erwähne nochmal ganz kurz, wir spielen Hard-Mode. Ja, ja, Hard-Mode im Sinne von, wir machen es uns selber hart. Ja, ich hab die Spieleinstellung ja schon mal in einem unserer Videos eingeblendet. Vielleicht mach ich das hier einfach nochmal. Soll ich das nochmal machen? Ich kann sagen, oder an dieser Stelle einfach das Video verlinken. Ja. Oder beides. Wenn ich dran denke, dann sind sie nochmal drin jetzt. Okay, Leute, also nicht. Entschuldigung. So, Prost und gleich geht's los. Oh, nachladen. Ich hab ja nichts zum Nachladen. Elf Schuss. Okay. Wart mal, ich dreh das Gamma noch ein bisschen hoch. Ah, jo, schnell. Video. Gamma. Nur für euch. Normalerweise mach ich das nicht. Oh, da kommen sie, aber in Scharen. Da kommen Blitze. Da kommen sie. Ui. Ah, ui. Kommen sie zur Tür? Ich glaub, lange wird das Podest nicht halten. Wir sollten uns schon mal Flucht nach oben vorbehalten. Ah. Mal gucken, ob sie, die kommen nicht zur Tür, ne? Ne, jetzt hat man die Fälle aus. Ja, wegen den Spikes wahrscheinlich, ne? Ah, da durften sie nicht. Guck mal, die bauen sich einfach hoch, ey. Die sind der Hammer. Da, da geht der erste Block kaputt. Ich mach mir ein bisschen Sorgen um unsere Truhe hier, wenn sie sich hier so hochbauen. Willst du da nicht noch ein Holzframe vorsetzen? Warte, kann ich eine Bodenplatte nicht davor? Ey, ist jetzt auch egal. Jo, die ersten brennen schon, ey. Unter uns geht's, glaub ich, schon los. Hinter uns. Ich weiß gar nicht, womit die schießen. Ich hab nur die Schrotze, die wirklich Munition hat. Sobald die hier auf Reichweite kommen, Jagdgewehr und so, spare ich mir für Notfälle jetzt. Wie schmeißt man jetzt einen Molli? Einfach mit links, ne? Gedrückt halten. Gedrückt halten. Links, ne? Ja. Ja, Mann. Burn, baby, burn. Antares wartet noch auf die Granaten. Ja. Geht ganz gut auf. Deine Spikes da, die halten die echt ab, ne? Ja, die Mauer an sich. Ah, jetzt sind sie durch. Jetzt sind sie durch. Jetzt check ich mal, ob man durch Hoodframes schießen kann. Ja, Mann, kann man. Geil. Jetzt kann ich hier Action machen. Oh, jetzt kommt sie durch. Man kann durch die Frames durchschießen. Oh, Lutbeutel. Sehr gut. Okay, Leute, EP-Regen. Gleich, wenn die Granaten kommen, Leute. Dann schaut nach unten rechts bei mir, bitte. Kommt mal alle hier. Spar ein bisschen Muni. Guck mal, wie schön die sich hier sammeln. Wo sammeln die sich? Unter uns. So schön. Also, jetzt nehmen wir her. Jetzt habe ich sie weg. Ui. Die SMG hat einen geilen Sound. Jo. Oh, die kommen hier an den Seiten hoch. Das haben wir nicht bedacht. Hier sind Schrägen. Du links, ich rechts. Ja, die kommen an den Schrägen hoch, wenn sie wollen. Oder sonst, setz einfach ein Frame davor, ey. Ja. Sehr schön. Ja, bis jetzt läuft's. Aber wir haben auch erst 23.30 Uhr. Muss ein bisschen Muni sparen, glaube ich. Komme ich da rüber? Wo? Ich will ja rüberjumpen. Ja, klar. Ein Baubisschen. Von da aus. Will ich jetzt noch einen Block? Schaffe ich den Sprung? Soll ich Sprung? Äh, komm. Oh Gott. Ja, Mann. Action, Hannes. Jetzt räumt er auf. Jetzt räumt er auf. Nö. Wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Mal gucken, ob ich hier überhaupt sicher bin, ey. Ja, solange keine Spucker kommen, geht's hier, also. Oh, da ist der erste Radioaktive. Ja, ich hab's grad schon gesehen. Ich stelle wieder umgedreht. Gott. Oh, jetzt bei mir. Hatten wir nicht, darf ich mal ne Mod, um ihm das abzumachen oder so? Ich hoffe, du brennst nicht mit. Nö, nö. Ich hab's mich nur schocken, weil unter mir so, boah, Granaten, Alter, bist du bescheid? Ach ja, die machen keinen Block-Schaden, stimmt. Ja. Aber ich hab keine Granate bis jetzt geworfen. Ich hab so ein Clean gehört bei dir. Ja, ich glaub, ich hatte kurz eine in der Hand. Ja, also das, was du gesagt hast, macht Sinn hier, ne? Dass du da, ich da. Oh, du hast einen oben. Du hast einen oben. Vorsicht, ich schieh schon drauf. Wieso rennst du runter? Ich bin nur dabei. Ja, ich hatte Schiss. Ich war grad mit anderen Sachen beschäftigt. Wo bist denn du jetzt? Ja, ja, warte, 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 ich laufe, laufe, laufe. Hier, hier stehen die Frames noch bei mir, kannst du, komm. Ja, ja, alles gut, ich guck. Wie cool der einfach mal ist bei der Hardmode-Folge, ey. Äh, Horde. Du weißt ja, du stehst, wo du spawnst, ne? Ja. Wolltest ja nur gesagt haben. Ich muss nur gucken, dass ich mich hier schnell hochbaue. Bin da. Sauber. Oh, nö. Bist du runter? Wie immer. Wie immer. Aber mittlerweile bin ich ja auch gut im Hochspringen. Puh. Puh. Jo, das ist so unsere Definition von sichere Horde. Alter, was der aushält, ne? Kann man, ne? Ich hab da auch schon Mollis draufgeschmissen, alles. Und Jagdgewehr draufgeballert. Ja, jetzt ist er down. Ja. Mich würde nur interessieren, wie der, äh, Zombie zu dir hochkam. Äh, ja, weiß ich auch nicht. Jo. Wahrscheinlich haben sie sich wieder aufeinander gebaut. Du hast noch gar keine Granate geschmissen, oder? Nee, noch nicht. Ich hab irgendwie... Ja. Der einzige Ort, wo die sich wirklich schön, äh, zusammen gesammelt haben, war direkt unter dir. Und, äh... Wir haben, äh, Player-Damage aus, ne, eigentlich. Ja, aber bei Granaten ist, äh... Granaten sind da, glaube ich, ein bisschen speziell. Weiß ich nicht. Sonst sag Bescheid. Dann geh ich kurz ein bisschen zur Seite. Ja, nö. Jetzt ist ruhig bei dir. Da kommt doch aber noch was, oder? Oder war es das jetzt schon? Nö, ich glaube, da kommt noch was. Oder? Wir sind auch einfach gut, ne, muss man sagen. Wir sind schon echt verdammt gut. Ja, komm, also... Jetzt mal eben so aus dem Steggraf so ne Defense hier zu errichten. Dann muss man's mal schaffen. Oh, da kommt noch was. Das ist Defense ohne Defense. So, guck mal, da oben. Guck mal, der Tourette. Kann grad nicht. Ich bin hier... Siehst du dann in meinem Video. So. Bin da. Oh, jetzt weg. Der war oben auf der Mauer und hatte, sagen wir mal, mittelschwede Probleme. Okay, ich spare jetzt mal die Moon ein bisschen. Ah, hier unter mir ist wieder was. Genau, wie der Lootbeutel hier unten ist. Falls du wieder runterfällst, unter mir ist ein Lootbeutel. Jo. Da haben wir einen. Ich mache die Beine weg. So. Ja, doch, da kommt die nächste Welle jetzt, glaube ich. Ja. Shotgun muss es richten, die Zeit. Ich baue mal hier ein paar Frames ab, falls ich die gleich brauche, Mann. Guck mal, wie oft die Frames draufhaut, Alter. Was ist los mit dir? Okay, Antares will es wissen. Einer folgte schon. Verjacke dabei Horde ist schwierig. Ihr seht es, ne? Die zappeln halt, ne? Guck mal, der hat den Frame schon unter mir weggeballert, ne? Jo. Deswegen habe ich den Turm auch direkt auf der... Oh Gott. Was denn? Ich habe keine Munition mehr. Ha. Gut, dann sind die Granaten wohl angesagt. Oh, shit. Wenn man ne Granate klicken hört, dann will man, oh shit, nicht hören. Oh, der hält auch viel aus hier, der Type hier. Hm. Oh, RP-Regen. Antares spielt. Jo, wie mache ich das jetzt am besten, ne? Ich glaube, ich bin zu dicht dran für die Granaten, ne? Noch einen höher. Ich will mich ja nicht selber in die Luft jagen. Ich habe keine Frames, ne? Ich brauche die noch, um wieder zu dir zu kommen. Ja, hier liegen hier stehen genug rum überall. Upsala. Wo bist du denn? Es hat geklickt. Wow. Mir ist nichts passiert. Gut. Aber ich habe mich erschrocken, mein Herz. Es war auch einmal hell. Alter. Hast du da irgendwo einen Haufen Gegner oder so? Nö, irgendwie laufen die halt jetzt hinterher, ne? Oh ja. Ich schieße mal drauf. So, einen habe ich hier. Oh, geil. Ja, du hast echt ein Aiming damit, ne? Muss man ja sagen. Ja, wie gesagt, die Kontaktgranaten, die explodieren halt bei Kontakt, ne? Hm. Ja, da kannst du nicht so viel falsch machen eigentlich. Ich kann das. Ich kann das. Just saying. So. Ich habe auch nur noch die Granaten, sonst habe ich nichts mehr zum Angreifen, ne? Soll ich mal eine unter dich werfen? Ja, klar, bitte. Ist aber ein Lootbeutel hier, ne? Machst du kaputt vielleicht. Ja, da ist ein Military und... Ja, mach mal. Ich stehe ja hier. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt rankomme. Warte, dann gehe ich mal hier. Richtigen Moment abpassen. Hilft das vielleicht? Ne, ne, alles gut. Da sind halt zwei Stück. Ich wollte die gerne mit einem Schlag haben. Achso. Aber. Guck mal, 13 Uhr 17. Ja, da kommt noch mehr. Ja, ja. Da sind noch mehr. Ja, siehst du. Bulle, Spucker. Jetzt schmeiß mal zum Spucker, der kommt zu dir. Wo ist er? Der lebt noch, oder? Ne. Echt nicht? Jetzt wird schlagartig. Ich werfe unter dich, okay? Ja, klar. Na, steht der nochmal auf? Schlagartig dunkel. Aber wie? Ja. Bei dir auch? Ja, ja, bei mir auch. Aber der ist nicht nochmal aufgestanden, ne? Das war so ein... Ne, ne, ne. Ich weiß nicht. Ich habe schon so drauf gezielt. Wie nen... Also ich habe den immer Nemesis genannt, weil er mich so ein bisschen an Resident Evil Nemesis erinnert hat. Aber... Ich sage immer Spucker. Ne, der, der, dieser Fleisch... Der... Na, wie soll ich den nennen? Der heftige halt. Dieser Farrell, dieser, dieser, dieser Weiße. Ja, also... Ich glaube, wir sprechen über den gleichen. Der nur aus, aus... Ja, Körperwelten-Zombie, sag ich mal. Ja, ja, genau. Der ohne Haut. Ja, ja. Körperwelten-Zombie. Sehr gut. Das Ausstellungsstück. Genau. Das Unikum, quasi. Wenn man so will. Okay, bis dahin kommt die Schotze nicht, leider. Ja. Aber bis hier, ne. Ich kann ja schon mal wieder auf den Knüppel wechseln, weil in... Ja, warte, die werden, glaube ich, nicht langsam alle. Ah, ich denke schon. Außer die Farrells, ne. Also die mit den gelben Augen, die nicht... Genau. Also der, der genau vor dir an der Base rumlungert. Wir werden sehen. Die Schotze reicht nicht so weit. Wir werden sehen. Der Knüppel-Hannes ist schon wieder unten. Oh, das ist ein Farrell. Ja, ich sag ja, da sind einige noch hier. Ah, hab ich so gekriegt. Oh, das ist auch einer. Boah, der ist jetzt aber echt risky. Ach, ehrlich, hab ich nur gesagt. Ja, ich hab hier zwei Farrells mit nem Knüppel erlegt. Wow, okay. Ich bleib mal hier oben. Oh, das läuft ja zu dir. Wir müssen Muni kaufen oder craften, eins von beiden. Achtung. Wey, geil, das sah jetzt gut aus. Ja, drei Stück, alle drei erwischen. Mitten im Zoom, ey. So, ich geh jetzt auch mal runter. Hier, Farrell. Oh, daneben. Oh. Der hat mich einmal gehittet, Alter. Ich hab ihn. Ich hab ja nur Knüppel und Granaten, ne? Naja. Haben wir hier. Im Griff, alles. So, gut. Schmeiß mal was. Erstmal hier raus. Oh, Farrell. Ich stagger ihn. Oh, nein. Nein. Oh, radioactive. Okay, ich bin weg. Oh, sind die schnell. Rotzdinger. Wieso bin ich denn nach unten gegangen? Ich muss wieder hoch. Oh, Spider. Nein. Nein, Leute. Nein. Ich sterbe. Nein. Ich bin weg. Shit. Ich hab hier einen Spider. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ja, ich seh den radioaktiven. Ja, ich hab hier den anderen Fairboys, der megamäßig schnell, ne? Der Typ hier. Oh, schade. Munition wäre jetzt nicht schlecht. Ja, hier. Vitamine, ne? Ja. Kann mir sogar einstecken. Wo bist du? Weg. Hast du noch? Jawohl. Puh, hab ihn. Irgendwas zu heilen hast du noch nicht mehr, ne? Ja, ich hab eine Heilbandage und einen Painkiller noch. Kannst du mir eins von den beiden geben? Ja, natürlich. Komm zu mir, komm zu mir. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Wie viel Leben hast du? Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ja, guck auf dem Radar. Außerhalb der Base. Weit außerhalb. Achso, und ich laufe immer wieder rein. Nee, bloß nicht. Weg da. Ja, wir müssen noch an die Kiste, ne? Wir müssen noch die Kiste. Ja, ja, wir machen die ja jetzt fertig. Nur ein bisschen kurz Luft schnappen. Ah, da bist du. Okay. Wie viel Gesundheit hast du jetzt? 56. Ach, hast du mehr als ich. Dann nimmst du die Heilbandage, dann nimm ich die Painkillers. Oh, der Radioactive folgt dir hier? Ja, ich weiß. Danke. Okay. Ich hab ja ein bisschen noch... Ich hab jetzt noch... Nee, nix mehr. Ich hab nur noch Shotgun. Ja, ich hab noch zwei Granaten, aber... Warte, die? Ja, lass sie doch zusammensammeln. Oh, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht. Ich muss doch nachladen jetzt noch einen. Lass sie mal auf einen Haufen und dann... Okay, dann, äh... Ach, guck mal da. Oh, shit. Das war nicht gut geworfen. Aber zumindest den Spider mit dem Radioactive da zusammen. Das schaff ich, glaub ich, nicht. Geh mal weg da, sonst kann ich nicht werfen. Ich glaub, ich krieg keinen Schaden dadurch. Bist du? Alles gut. Boah, was hältst du Mistvieh aus, ey? Bam! Weg ist er. Ja? Gut. Ah, Leute. Wie fandet ihr's? Ich fand's Hammer. Hammer mäßig. Gut, dass ich noch so viel Shotgun hatte. Sonst wär das echt eng geworden. Jo. Die Shotgun hat echt alles rausgerissen. Stufe 1 Shotgun, aber ich mag sie. Okay, die ganzen Frames sind lädiert. Die können wir nicht mehr aufnehmen. Was war das? Ach, hier, kriecher. Ab ihn. Okay, super. Ach, guck mal, ich hab ja noch Mollys, seh ich jetzt erst. Ja, klar, hast du doch anfangs auch geworfen. Ja, ich hab gedacht, die wären schon leer. So, ich mach nochmal kurz den Rundgang, ob noch was hier lebt. Und ansonsten komm ich auch... Ah, hier ist noch einer. Ein Military. Mahlzeit. Wie geht's denn so? Ach komm, nimm mich ein. Nimm mich alles. So, der wäre auch durch. Hast du alles mitgenommen? Ja, ich hab alles. Und wir haben... Ich hab drei Skillpunkte. Sehr schön. Gut, Leute, an der Stelle machen wir einen kleinen Cut. Jo. Heute haben wir fertig. Und, äh, ja, machen wir uns auf den Weg zur Base. Und, äh, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss. Tschüss.